Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege auf dem Kanal der Ente. Mit dabei liebe Peach White, die liebe Michelle, das liebe Mäh und natürlich der Gastgeber, der Ente. Du hast mich doppelt am Moderatorie, glaube ich. Lass mal drin. Lass mal drin. Und natürlich auch auf dem Kanal der liebe Peach White. Eine wunderschöne Guten Tag haben von meiner Seite. Ein bisschen Clubhouse. Ranked. Ja, let's go. Aber sehr gut gemacht. Aber wie einfach diese Totenstille nach der Antwort war. Lass mal drin. Wollen wir das jetzt sagen oder nicht? Lass mal drin, ist alles super. Ich war leicht nervös, aber ich hab den First Try gemacht. Boah, du warst gut. Ja, lass mal so gut. Perfekt. Perfekt. Achso, ich hab mich vergessen. Hallo. Du bist mit einer Anbob, bist du dir deinen Arsch gekrochen. Aber ja, okay. Ist okay, ist okay. Oh mein Gott. Geh mir das eigentlich hin, Nico nochmal. Es ist gar nicht so einfach, ne? Die Leute denken immer, es ist immer so super simpel. Es ist gar nicht einfach. Das ist nicht einfach, ne. Vor allem, wenn du kein Skript hast, du machst das einfach alles full Freestyle. Ja. Und es muss am besten beim ersten Anlauf passen. Ja, genau. Das ist das. Ja, um den Vibe mitzunehmen. Ja. Aber auch, ich verkacke ganz gerne meine Anmod und so weiter. Sei es einfach sowas Saloppes, wie, dass ich mal eben kurz ein anderes Game anmoderieren möchte oder so ein Scheiß. Das hat man in dieser Aufnahmesession auch. Ich hab's, ich hab's Gott sei Dank gerade geschafft und ich bin sehr froh. Jo. Jo. So, dann machen wir mal ein bisschen Reinforcement hier. Ah, und Sena macht so einen komischen Move hinter mir, hinter dem Hintergrund, wo ich geredet habe. Ach so, ist die wieder ihren Schwanz am Jagen. Ne, die, 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 die Popper rückt. Was denkst du denn jetzt? Und ihr, ihr redet so schön und ich gucke so in die Cam und denke mir so, ne, ne. Ne, ne? Ich freue mich jetzt schon auf vielschweizsicht. Wir sind immer authentisch, wir sind authentisch. Es ist einfach so. Authentizität. Finde ich ganz wichtig. Ich hab mal alte Videos von mir verglichen mit denen von heute. Ich hab mich so null verändert. Außer die Qualität, die hat sich verändert. Ich muss dir ehrlich sagen, ja. Irgendwann überreden, dass wir keinen Bennett dabei haben. Ich hab jetzt extra einen Move genommen. Wir haben zu berau. Wir könnten theoretisch auf den Mutes zu berau gehen. Ich bin's, ich bin's. Dann, 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 dann. Ich hab das auch gemerkt. Außer der mit dem Maverick, denn das blöd. Ja gut, dann können wir alles. Beim Streamen, wenn du selber streamst, du verstehst dich kaum. Ne, ich verstehe mich überhaupt nicht. Also wenn ich den Stream anmache und die Leute fragen, wie es mit ihnen geht. Ich glaube, wir sind ausgegangen. Ich bin auf dem Dach, ich bin auf dem Dach. Dach, ich bin auf dem Dach. Über mir ist es offen. Ich verstehe mich aber auch. Sie ist runtergesprungen. Ja. Der Diffuser. Pass. Der fällt nicht hoch. Einer, hier, Maverick. Die sind zu zweit da drinne schon. Der Diffuser ist in, ähm, Office. Ähm. No Aim? Ja. Die Rapid, glaube ich. Er macht hier Office, Richtung Construction. Bei dir. Bei dir ist eine Größte. Mach das richtig auf, jetzt. Mach auf. Hey, Leute, ich dachte, da war doch noch jemand. Und einer ist größer. Pass auf, hier ist offen. Hier ist offen. Carly ist vom Jim Window. Jim Window ist Carly. No Aim? Willst du mich vielleicht lieber erstmal... Er muss, er muss da lang kommen, aber hier wird abgeämt. Ja, ja, aber er kann doch einfach noch... On Star, also On Spot A ist jemand gewesen. Ist wieder rausgerannt. Die Diffuser ist hier in red. Ich glaube, du kannst schon fast weiter No Aim. Ja, gab's noch. Ja. Also einer ist noch offen. Hallo, wo? On Spot B wahrscheinlich, ja. Ah, das war tot, Alter. Nicht, dass er bei den Stairs ist. Pass auf. Schön. Letzter, weiß ich. Sehr schön. Mach die Diffuser, Ente. Wo? B. Ach, lol. Ah, gutes Ding. Das Ding ist halt echt... Sorry, ich dachte nicht, dass du so stehst, dass du von Office direkt weggeknallt werden kannst. Wenn du da drückst. Ja, das... Nee, das war meine Schuld. Ich bin vorgegangen, weil ich gehört hab, dass... Also ich bin vorgelaufen, weil ich's abämmen wollte, dann ist er gedroppt und dann konnte ich nur noch einmal anschießen. Ey, wir haben heute Zerre. Das ist doch meine Schuld. Jo. Können wir bitte bei dem Who, können wir da bitte Michael Jackson einbauen? Nein. Wieso bist du denn schon wieder so leise? Weil er schon wieder am Arsch der Welt ist, das ist normal bei ihm. Ja, ich wohne am Arsch der Welt auch. Ja, jetzt bist du Arschlaut. Oder irgendwas. Ja, ich geh nochmal auf den hier. Aber diesmal wechsle ich die Waffe. Aber habt ihr die Eier 15? Das müsste jetzt die Silvester-Episode sein, Leute. Ich hoffe, ihr kommt geil ins neue Jahr. Wir brauchen euch noch, hallo. Hoffentlich wird viel geknallt. Ja, guten Rutsch. Hoffentlich werde ich geknallt. Ich bin ein verzauberter Böller, man. Komm her. Oh Mann, Alter. Oh Mann, warum? Hilfe. Was tun wir uns hier an? Ich will nicht mehr. Ist das okay? Nein. Warum? Meine Beschreibung ist knäppig. Ich bin ein verzauberter Böller. Ah, lass Gerich noch zu machen. Ja. Yes. Fühl dich. Ich bin einfach rausgestammt und hab die dann abgeknackt. Ich hab die Nomad geholt, wie dich die anderen geholt haben vorher. Wiggle, wiggle. Achso. Wiggle, wiggle. Danke für den Orvorm. In der Trotziniter sieht diese Sache aus. You know what to do with the big fat butt. Wiggle, wiggle. Oh Mann. Sie machen... Nein, sie sind auf dem Dach. Nein, sie sind auf dem Dach. Was? Können wir weggedrohen? Kann das sein, dass der hinten ist? Dokomi ist noch hinten am Warehouse Hier kommt einer Am wahren Haus Master Kompass Smoke Master Kompass Und vor unserem Main Bridge Warbär Warte, habt ihr den Wies bei der Construction zu? Sonst können die da gleich durch Unten Garage Ping 5 Zwei Mann Einer kommt Stairs Dokomi Heckt die Kamera Einer jetzt Stairs Komplett oben Ping 5 Einer Komplett unten an der Door Ping 5 Achtet aufs Window Jetzt am Window jemand Brava Oh my god Wir sind hinter mir aus Von Und jetzt ist meine Kamera gone Und das wars So, jetzt seh ich wieder was Aber ich seh On Spot A Zwei Mann Ja, die sind durch von Garage Oh Gott Fuck Das war grad meine Frage, die ich da gerade hatte Habt ihr Construction den Breach zugemacht? Da hab ich nie ne Antwort zugekriegt Der Breach? Du meinst die Single Wall Ja Nee, die Doppel Wall Zu Office Weiß ich nicht Aber ich hab das nicht mehr bekommen, dass du das gefragt hast Gar nicht Wollen wir nicht lieber nach unten, Leute? Yes, können wir Ahhhh Ich kann nicht davon Oben haben wir verloren zweimal Ne, einmal Ne, einmal Und die haben es nur verloren, gerade weil mir keiner zugehört hat, würde ich mal behaupten Ja, die anderen sind wieder schon, ich weiß Und ich hab dreimal noch rausgekriegt, das kommt von Verzwackchen kaum Mann Ich sag, ich sag, mir hat der Tuberau da gefehlt Mää Ich dachte, er wird die Single Wall breachen, deswegen bin ich rübergerannt Mann, da hack doch alle auf mir rum, ey Das ist so ein Comedy-Gold zwischen Michelle und Pischwein, ne? So dieser Leichte Beef Den Krieg Teil 2 Oh, ich feiere Hä? Nee Die Rache, die Rache, die Rache Zickenkrieg, die Rache Was für ne Rache Zickenkrieg, Reloaded Weiß ich nicht Zickenkrieg, Revolutions Gerade war Kate gebannt Ja Nein, nein, äh, Rise of the Zicke Nein, nein Nicht Rise of the Sith, äh, oder äh, Rise of the Sith Sondern Rise of the Zicke Zickenkrieg die Rückkehr Zickenkrieg die Rückkehr Wo ist sie? Jaaaa Hihihi Zippi 10 Sekunden Äh, hatten wir die Hedges oben alle? Ja Schneewittchen und die sieben Zicken Haha Ok Ok Alter Entschuldigung Ey, was? Ich schaub nicht zu rüber Ja, das macht ja nix Besser ist das wirklich gerade Ich lebe gerne Achso, nur ein Wind C4 Ok, warte Kann ich nicht mehr von Hä? Fangen Fangen Ja, einer muss ja schuld sein, ne? Achso! Ja Ah ok, alles Merke ich mir Die haben nur Kopie wieder Boah, ich glaube da wird die Windstock reingehen Diese oben war, oder? Steppt da einer von euch rum? Das war ich gerade Achso Oh, warte Wo, 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 äh, wir haben die keine Oh, da ist schon eine untere Tue drinnen! Ja, das kommt davon, wenn man keine Rotation da reinmacht Achso 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 Äh, Blue Wand 2 Blue Windows sind da einer oben Ja, ich bin tot Und Osa ist schon inside blue Ich hab auch gleich etwas anderes anziehen sollen Ach, von Church auch Die überrennen uns hier komplett gerade Ja Was? Wuuuuh! Aber du musst sagen Ich glaub Ich glaub, Doka hatte Hits Schon Doka, die geht mir so aufm Senkel hin Wo ist denn die? Da geht eher gerade was hin Nein! Wusste ich nicht Eher aufm Senkel, dass man irgendwie keine Wände mehr für irgendwas hat am Ende Mir hätte der Ping gefehlt Ich wusste nicht wo Alter Ich wusste auch nicht wo Nein, ich auch nicht Mama Wir müssen vielleicht ein bisschen ruhiger werden Und vielleicht mal die Rotation machen, die man stattdunkermäß macht Na, meine süße Katze Hätte ich vielleicht gerade doch was retten können Vielleicht Man weiß es nicht Ja Jetzt musst du dich aber wieder hinlegen, Emma Ja Ja Das am besten ohne meinen Arm zu beeinträchtigen Das wär Herz allerliebst Ach, wir brauchen Ähhhh Soll ich Kali nehmen, wir brauchen irgendwas mit EMP Ah ne, er hat Iana, ne? Ne Iana hat keine EMP, ne Ich hab gerade noch umgeswitcht Achso, ja gut, dann wechsle ich doch nochmal auf Warte mal, rein technisch, könntest du dann statt Swatcher eigentlich, glaube ich sogar auch Sledge Red nehmen, weil der auch EMP sind M-m, glaub ich das, oder? Doch Sledge hat Flashbang Doch, er hat EMPs bekommen Oh Leute Ich bin eine Trotche, ich will durch die Garage fahren Und Und Warte, wen soll ich jetzt nehmen? Nein, 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 nein So Nein, aber Soll ich so lassen oder nochmal umpicken? Ne, sonst lass, sie sind im Gym, oder? Ja, also Cash, CCTV ist nix Doch, ah, da ist ne Cap Oh nö Dann Ja, Caveira Aber die sind oben im Gym Dann geh ich nochmal auf Kali, glaub ich Location in den Shipping Dog Ja, glaub ich dem Kali Hatschimel Gesundheit 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 Einer Jäger ist Garage Catwalk, ja Catwalk, ja Ja, aber auch eben noch mit Caffin aneher, passt auch Hatschimel Leute, die Runde geht los Oh mein Gott, der hat meine gesehen, weil irgendjemand Red gepinkt hat Ich hab nicht geredpinkt Ey, da war kein Redpink Au Spawnpeak Aber der ist da oben immer noch Oben Gym wahrscheinlich Ja Wollen wir nicht von hier aus angreifen? Nee, hier unten Bar Dann halt nicht Kamera Nein, nein, nein Intrigation Er ist übrigens immer noch Catwalk Ey, fick meine Eier Das ist nicht mal ne Runde Ach, Jäger ist auch noch da, Garage, oben Oh, das tut mir so leid, ey Fick dich Oh, ich wollte dir helfen Äh, jemand ist gedroppt Und Unten Durchbruch mit Thelma Äh, Stage Laut Map Weil da an der Bühne steht, weißt du Ah, okay Hab ich heute gelernt Oben, oben Catwalk Oben Catwalk Ja Hat mir jemand Unfall, Alter? Na! Ach, da ist doch einer! Scheiße! Hä? Hörst du mir nicht, holst nicht? Irgendjemand hat den Ben, äh, hat den Jäger geholt Ja, ich? Aber da Da kam mir doch einer rein Hab ich doch geguckt? Was? Ja, ja, bei beiden Aber wurdest du nicht von Construktion? Ja, nein, nein Ja, nein, nein Äh Weißt du, dass da immer mehr Ey, CCTV reingestimmt Sorry, ja, ich hab ihm grad ne Anzeige gemacht Ah Kerem Ich dachte eigentlich, dass das von Cici gewesen wäre Oder sogar Kann er nicht Beziehungs- Beziehungsweise von Construction Wird er mich dann von Construction da unten holen? Der kann nicht mehr Naja, aber wenn der hier am Fenster Doch, der kann doch Kann er nicht Na nicht? Sicher? Da ist der Ventilation davor Äh, okay Er ist unter dir, ähm Ja, ich weiß Aber wenn ich droppe, bin ich Finito Also Garage sieht clear aus Kannst du Dings runter, Stock? Hm Äh, ne kann ich nicht Aber was ich versuchen könnte Jetzt ist einer Catwalk in Garage Im Window sozusagen Ja Dropped Wird jetzt hier gleich zum Breach gehen Wo es rausgebreached ist Könntest ihn Genau, da wird er gleich peaken Der ist slow, der ist slow Jetzt wahrscheinlich Jetzt wahrscheinlich Jetzt wahrscheinlich Gleich Nice Wadda ist durch Nice Nein Schade Aber sehr gut gemacht Ich wusste nicht, dass die Frost waren Aber ich habe mir gedacht, dass er da sitzt Eigentlich Weil ich die ganze Zeit da schon gehört habe Aber sehr gut Und die war richtig lost Guck mal, wie spät die erst zu dir geguckt hat Ja, aber die Demi-U-Frost Der hat den Frost erfunden Der hat sich kopf richtig getroffen Ich glaube, dann wäre das unsere Runde gewesen Ja, was soll ich sagen Bedlack aber trotzdem schön gemacht Ja, passt auf Ja Definitiv So macht man was noch in 5 Sekunden Da bräuch ich äh viel Hohohoho Alter, ne Also du hast auch verloren Ja, aber ich habe Ich möchte sagen, ich habe mehr gemacht als du hinterm Schiff zu sitzen Ich könnte mir vorstellen, die gehen jetzt Cash Ja, vielleicht Können aber auch nach unten gehen Kann sein Aber ich könnte mir wirklich Irgendwie im Gefühl habe ich das Leben nach oben gehen Was shootest du eigentlich gerade gegen mich? Hä? Was fühlst du dich denn mal angegriffen? Das ist die bessere Frage Oh, so! Ey, schon wieder Zickenkrieg hier Was ist das denn jetzt los? Zickenkrieg Teil 3 Das ist jetzt Revenge auf das Revenge auf das Zicke Äh, ne Ja, sind unten Oh, der ist ja echt im Zickenkriegmodus, ey Hä? Nee, oben Ich ärg' auch heute gerade einfach nur gerne Achso, achso! Wir brauchen noch was mit EMP Merke ich mir, merke ich mir Merke ich mir Das wäre super lieb Aruni hier unten Macht da auch ihre Gadget gedönst dran Ah, guck mal Die Revengeforce nämlich jetzt auch Geld Die kann ich nämlich gleich auch schön Wieder aufmachen Das wollte ich machen Nö Doch Nö Äh, äh, ne Der nächste Zickenkrieg Samaaa Picke Picke Teil 4 Echt unglaublich heute Der braucht mich denn Mit EMP Picke Eigentlich Eigentlich wir beide Aruni hat hier ein Gadget vorgesetzt Tja Aufwischen Gesundheit Okay Entschuldigung Mh 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 Wie du nur so 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 K. Angguckst Macht ihr das auch richtig? Ne Aha Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte! Jetzt! Vorsicht Blippi! Was? Wo 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 wo? Das ist da oben? Das ist ein Schlafzimmer. Jaja, Schlafzimmer, Gründer. Alter, du bist so ein nüchlicher Warden, alter. Warte, ich kann auch noch offen. Ah, sad, hier ist, ähm... Warden, warum wartet es immer? Nee, geht auf. Dann ist noch einer onside. Dann ist noch einer onside wahrscheinlich. Warden, wartet es immer? Beziehungsweise Schlafzimmer. Schlafzimmer. Könnte gedroppt sein, ne? Also... Oh, nee, nee, ist noch Schlafzimmer. Denkt an Kapkan Traps. Zum Schlafzimmer von Construction sind, ähm, Traps. Ah, hier ist Bandit, wie gesagt. Es ist nur Kapkan. Scheiße, nicht Bandit. Also einer auf A, einer Bedroom. Ja. Wenn er nicht jetzt schon rotiert, in der Zeit. Hä? Wieso ging das nur da oben? Ach, scheiße. Äh, das... Ja, du hast nur hier oben drangeballert. Ja, ich hab vergessen. Egal. Noam kommt von Catwalk. Sarah, du könntest von Windows sonst nochmal vielleicht versuchen. Also der war... Oh nein, da komm ich nicht mal rein. Es sei denn, oh, warte, du könntest unten von den Redstairs kommen. Nein, da rein müssen geht auch nicht. Schade. Warte, wohnen wir zu den erlang jetzt. Hm? Warte, die sind jetzt beim Diffuser, ne? Mindestens einer auf A. Einer ist in Cash auf jeden Fall. Nur noch einer vom eigenen... Cash und... ...Konstruction, Smartstar. Dieser Chemiboy geht mir voll auf den Sack, ne? Echt? Der ist runterge... Der ist irgendwo... Draußen. Schön. Der letzte müsste glaube ich schon durch die Tür gekommen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Das sah grad so komisch aus. Ja. Ja, schade. Ja, Jimmy Boy ist ziemlich komisch. Hat der grad... Nee, ist trotzdem ziemlich komisch. Nee, ich wurde vom Capcom geholt. Wieso komisch? Der hat halt einfach nur da hinten abgehängt, weil er wusste, dass er den Capcom da geholt hat. Ah, kacke. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was daran komisch war. Hm. Aber du kannst es mir gerne erklären. Oder auch nicht. Ja. Egal. Ja. Liebe Leute, das war's mit der Folge. Schaut bei Peach World vorbei. Schaut bei Ars vorbei. Und... Ja. Bis dahin. Reingehauen. Jubeloo. Bye, bye. Tschüssi. 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 Mhm. uccinelloけど... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht